Papst Franziskus hat heute mehrere Katholiken heilig gesprochen. Unter ihnen den früheren Papst Paul VI. und die deutsche Ordensschwester Maria Katharina Kasper. In den Stand der Heiligen erhob der Pontifex auch den ermordeten salvadorianischen Bischof Oscar Romero. Die Messe fand vor zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom statt. Auch etwa 5000 Pilger aus El Salvador nahmen daran teil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017